Morgen, Entschuldigung, Mund voll, schönes Schokobrötchen. Ich bin hier irgendwo im Tausus gelandet, kurze Frühstückspause. Da steht er, Restaurant Rettas, Schlosshotel Rettashof, ich zeig's euch mal, ja, finden wohl auch irgendwelche Events statt hier, ja, da hinten sind Parkplätze eingerichtet, hier irgendwas vom Nahbuch, eine Insektennisthilfe, ein Sperlingshotel, Mauerseglerbehausung, welche das auch immer sein mag, ein Maisennistkasten, gut, wir gehen mal grad gucken, soll nix großes werden, ich will mir halt nur mal anschauen. Da ist das Gelände hier. Rund um den Rettas, wenn ich da reingehe, komme ich zum fröhlichen Landmann. Guck mal, gehen wir mal zum fröhlichen Landmann. Was gibt's denn hier aus der Backstube? Mittwoch bis Sonntags geöffnet, also heute leider nicht, da wir Dienstag haben. Guck mal. Aber gucken mal. Endgenehm heute Morgen noch hier im Schatten. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da ist die Gaststätte. Leider geschlossen. Ich weiß leider, ich habe hier keine Zeit für den Schatten jetzt. Wer niemals einen Rausch gehabt, der ist kein braver Mann. Na, nur die Sinsprüche. Liebesbad. Achso. Kann man schon mal ganz schön laufen hier. Wenn die Gelegenheit mal wieder herkommt. Jetzt muss ich die Sache mal genauer anschauen hier. Also dann habe ich heute morgen keine Zeit. Ja, der holt da noch so einen Hofgut dazu, was ich gesehen habe. Tja, richtig viel los im Bach hier. Das fällt so ein bisschen vor mich hin. Ah, hier diese Pflanzen mit diesen Springsamen. Haben wir irgendwo einen, den man schon mal aufdrücken könnte? Der will nicht, sonst ist dick genug. Er ist schon aufgegangen, aber naja. Muss ich springen, wollte er nicht. Hier können wir was lernen. Über einheimliche Heilpflanzen. Gucken wir mal, ob wir das Schloss noch finden. Oh, fette Reithalle hier. Reiterhof mit Reithalle hier. Hier ist das Hofgut hier unten. Das ist doch ordentlich ausgebaut hier. Da wird die Rippen da hinten. Ja, mal gucken. Scheint das Schloss zu sein hier. Scheint das Schloss zu sein hier. Ja, mal gucken. hier ist das restaurant drin was dann natürlich noch viel ist ein golfplatz oder sowas der vip shuttle nimmts ja erstmal wieder was für die rubrik schönes am wegesrand blick über die felder in den taunus streuobstwiesen hier schön 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 ähm wild score Das war's für heute. Das ist doch ganz nett hier. Das ist der Hühnerstall. Ich dachte weiße Fassaden oder was? Ach Quatsch. Fauen. Fauen heißt das. Mir braucht gar kein Versuch ein Rad zu schlagen. Das wird nichts da. Das sieht doch noch nichts aus. Der Mensch erfährt, er sei auch wer er mag, ein letztes Glück und einen letzten Tag. Tja. So ganz spurt er noch nicht der Gaul, aber gut. Dann gehen wir wieder zurück zum Auto. Noch ein Heiliger hier. Da bist du. Steht nicht dran. Die Nahheilige. Und das Gipfelkreuz. Zum fröhlichen Landmann. Bitte nicht füttern. Ach. So ein Minipferdchen. Na du. Guckst, gell. Komm her. Ein Minipferd. So Freunde. Das war's mal wieder. Kleiner kurzer Spaziergang. In Taunus. War ganz leid. Vor allem noch ganz angenehm. Ist noch relativ früh. Passt. Okay. Wenn es euch Spaß gemacht hat. Macht gerne mal einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwo aus Deutschland. Macht's gut. Euer Micha. Tschüss. Musik